Fünf Minuten für eure Gesundheit. Wir erklären euch alles, was ihr über den Wirkstoff Naproxen wissen müsst. Naproxen? Das kenne ich gar nicht. Das hätte mich auch gewundert. Naproxen gibt es zwar schon seit Jahrzehnten, es ist aber relativ unbekannt. Ja und wofür setzt man Naproxen denn ein? Es wirkt schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend. Ähnlich wie zum Beispiel ASS-Ibuprofen oder Diclofenac. Aber wenn es da doch schon etliche andere Wirkstoffe gibt, wofür brauchen wir denn dann noch einen? Im Gegensatz zu den anderen drei Wirkstoffen zeichnet sich Naproxen durch eine deutlich längere Halbwertszeit aus. Das heißt, es wirkt länger? Genau. Ah, hat also doch einen Sinn. Ja und wie viel Naproxen darf ich pro Tag so einnehmen? Wenn der Arzt es dir verordnet, darfst du als Erwachsener bis zu 1250 Milligramm einnehmen. Ohne Arzt liegt die maximale Dosis bei 750 Milligramm. Das sind bei den verschreibungsfreien Präparaten maximal drei Tabletten pro Tag. Ja und gilt das auch für Kinder? Die Anwendung bei Kindern ist eher selten. Theoretisch wäre das ab 12 Jahren möglich. Aber da wäre wahrscheinlich eher Ibuprofen das Mittel der Wahl. Und wie lange kann ich Naproxen einnehmen? Es gibt keine festgelegte Grenze. Aber wenn nach ein paar Tagen keine Besserung eintritt, dann solltest du unbedingt zum Arzt gehen. Und was passiert, wenn ich zu viel davon einnehme? Die Frage ist hier tatsächlich sinnvoll, da Naproxen nur langsam ausgeschieden wird, sodass es sich im Körper ansammeln kann, wenn du es ständig in höherer Dosis einnimmst. Es kumuliert. Da hilft dann eigentlich nur noch der Gang zum Arzt. Jetzt aber mal konkret. Welche Nebenwirkungen hat Naproxen denn überhaupt? Ähnlich wie bei ASS, Ibuprofen und Diclofenac steht hier der Magen-Darm-Trakt im Vordergrund. Also Magenschmerzen, Übelkeit, Durchfall und so weiter. Es gibt noch eine Reihe von seltener auftauchenden Nebenwirkungen. Aber das sprengt den Rahmen dieses Videos. Dazu berät dich deine Apotheke aber sicher gerne. Jetzt nimmt ja kaum jemand nur ein einziges Arzneimittel. Wie sieht es denn mit Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arzneimitteln aus? Kortison und einige Antidepressiva zum Beispiel erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Magenblutung. Wie auch ASS, Ibuprofen oder Diclofenac kann es die Wirkung blutdrucksenkender Arzneimittel abschwächen. Es gibt viele mögliche Fälle von Wechselwirkungen. Dazu lässt du dich wieder am besten individuell zu deiner Kombination in der Apotheke beraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwanger werde, ist ja eher gering. Aber was ist denn generell zu Schwangerschaft und Stillzeit zu sagen? In den ersten sechs Monaten könnte der Arzt es im begründeten Einzelfall einsetzen. In den letzten drei Monaten gar nicht. Paracetamol wäre hier als Schmerzmittel die bessere Alternative. In der Stillzeit wäre es auch theoretisch möglich. Hier sollte aber auch besser auf Ibuprofen als Alternative zurückgegriffen werden. Also in der Summe in Schwangerschaft und Stillzeit besser nicht anwenden. Du weißt, ich frage das immer. Darf man mit Naproxen Auto fahren und verträgt es sich mit Alkohol? Aber bitte bleib sachlich und mach nicht wieder dumme Scherze über Autofahren und Alkohol im Allgemeinen. In hoher Dosis kann Naproxen tatsächlich das Reaktionsvermögen negativ beeinflussen. Und es verstärkt auch den Effekt von Alkohol. Lass am besten beides besser sein, zumindest in höherer Dosierung. Und was mache ich mit den Naproxen-Tabletten, die ich Jahre nach Ablauf ihres Verfalldatums in meiner Hausapotheke wiederfinde? Kann ich die denn noch verwenden? Eine neuere Untersuchung hat gezeigt, dass Naproxen bemerkenswert stabil ist. Aber nichtsdestotrotz ist die Verwendung nach dem Haltbarkeitsdatum keine wirklich gute Idee, da der Hersteller dann keinerlei Haftung mehr übernehmen muss. Also lass das besser sein. Na dann, weiß ich ja jetzt wieder alles. Danke. Habt ihr auch einen Arzneistoff oder ein Anwendungsgebiet, über das wir euch in 5 Minuten informieren sollen? Dann lasst ein Abo da und schreibt es in die Kommentare.